So, mit Kuchen gestärkt und noch ein bisschen was zu trinken, geht's jetzt weiter. Wir stürzen uns nach Ägypten oder in das Level rein. Mir fällt gerade auf, wir haben auch gleich einen anderen Hintergrund am Start. Der gefällt mir, der finde ich sehr ansprechend, finde ich cool. Sehr schön, ein Sphinx und ein Willisk heißt es glaube ich, oder? Weiß nicht. Und da hinten ein ganz klassisches Relief. Ich weiß nicht, bei den Reliefs war das nicht so. Entweder die wichtigste Person ganz links außen, war das nicht so. Ganz links die wichtigen und je weiter nach rechts geht, desto unwichtiger wurden die Personen. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie so war das. Auf jeden Fall nicht in der Mitte. So viel weiß ich noch. Ja, nein, 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 dem Kohlenmotorrad, ja. Gut, jetzt müssen wir zwar nochmal neu anfangen, weil ich alles andere angefangen habe, kurz. Das ist auch genial, dafür... Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Oh, hier kommt Licht rein. So, gut, macht nichts. Also, und jetzt... Uh, Vorsicht diesmal. So. Jetzt schauen wir das mal an hier. Also. Das kann ich mir holen. Und wenn ich da runter springe, das reicht dann nie. Ah, da ist ein Griff dran. Oh. Okay. Ich schätze mal, das wäre dann das Rätselslösung. Und tschüss. Was so eine kleine Minikugel doch alles anrichten kann. Einen riesen Schaden. Unglaublich. Ich denke mal, das hätte ich aber auch mit, ähm... Ja, genau, und der Rest ist einfach mal abgehauen, ne? Ja. Sieht doof aus, Mensch. Ich denke, das hätten wir auch mit dem Greifhacken machen können. Aber egal. So ist auch okay. So, dann holen wir uns wieder da die Munition. Beziehungsweise, ähm... Das Medikit. Okay, ist jetzt da. Na, komm hoch. Medikit vielleicht. Jetzt müssten wir aber rüberkommen, wo der Pfeiler da jetzt weg ist. So. Eins weiter. Hopp. So. Und spring. Ah. Hahaha. Sehr schön. Gut. Jetzt geht's doch. So einfach ist manchmal die Lösung. Unglaublich. So. Ha. Na, wer sagt's denn? Das geht doch flott. Zeitspiel, ich komme. Was ist das jetzt zum Dranhängen? Was passiert? Nö. Ach, okay. Dann machen wir gleich so. Wenn das nix auslöst, irgendwie. Hopp. Ja, perfekt. Das da hinten was. Äh, nein. Sieht nicht so aus. Und ganz unten ist auch nix. Nein. Okay, können wir gleich weiter. Hey, wie schnell. Oh. Oh Gott. Mann, hast du mich erschreckt. Du scheiß Dreck. Wo ist meine Shotgun? Hey. Ah. Es. Es reicht. Arschloch. Was war denn das jetzt? Ah. Ich wusste doch, dass es keine fünf Minuten lang gut läuft. Das wäre mal was Neues gewesen. So, jetzt gehen wir gleich mal runter. Mietze Katze, komm. Boom. 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 Leg dich hin. Headshot. Oh, Schiss. Schön nachladen. Ah, da hast du dein Mittagessen gehabt, hä? Dachtest, du kriegst noch einen Nachtisch. Ja. Weit gefehlt. Kann ich da hoch? Nein, kann ich nicht. Aber wen haben wir denn da? Da seht ihr es. Von links nach rechts. Das hier ist unwichtig. Das ist der große Gott. Ist das rar? Oh Mann. Es ist auf jeden Fall mit dem Schakalkopf. Das müsste doch rar sein. Ich weiß es nicht mehr. Oh, da geht's hoch. Ah, da ist die besagte Sphinx. Oh, Neuase sogar. Aber da gehe ich noch nicht runter. Schauen wir erstmal, was wir hier haben. Vielleicht haben wir hier gleich ein Relikt oder so. Das wäre aber richtig geil. Mit einer kleinen Porno-Einlage. Warte, Rewe. Hopp. Hangel dich, hangel dich. Oh ja, hat sich doch gelohnt. Hopp. Oh ja, das bisschen ist egal. Gut, runter. Was ist denn das? Oh. Oh. Na, das hört sich nicht gut an. Und. Mach den Mund zu. Halt die Schnauze. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Oh, 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 oh. Da pack mal doch gleich die schweren Geschütze aus hier. Oh, das war schlecht. Was? Die können auch schießen hier. Oh, 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 oh. Ah, da hast du den Teamkameraden getötet. Sehst du. Ey, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr ausweichen. Gibt's doch nicht. Das war lustig. Ja, friendly fire on, würde ich sagen, ne? Gut. Schauen wir mal. Da könnte es, das könnte aufgehen. Hm. Gucken wir uns hier mal um. Jetzt da hoch. Ein. Hinten auch nicht. Ah, da muss ich aber hoch irgendwie. Da hinten, die große Tür, müsste wahrscheinlich auch aufgehen. Das geht auf jeden Fall auf. Wenn der schon so angeknackst ist. Nein, da kann man nicht lang. Kann man da lang. Gut. Gehen wir einfach mal auf gut Glück nach oben. Oh je, der Schatten ist ein bisschen buggy. Nein, ne! Ah, je, 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 je. Obwohl, bevor ich da oben rumkraxle, sollte ich vielleicht mal runter... Oh, das haben wir auch ganz vergessen. Okay. 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 So. So. Aber jetzt hoch. Und wieder abwärts. Da ist nichts mehr. Gut. Ah, habt ihr das gesehen? Nein, komm schon. Da. Ja, ja. Transparent gemacht, der Rand. Also, das Äußere, was man eigentlich nicht... Also, was eigentlich dann auch schon Wasser sein sollte. Und von unten sieht man diese Transparenz, dummerweise. Das ist merkwürdig. Man sieht Transparenz. Komisch, oder? Naja, nichtsdestotrotz... Nein, nicht wieder nach oben. Tada! Hopp. Gut, das bleibt erhalten. Oh. Aber es verschwindet auch wieder. So. Und... Da rüber. Ach, mit E geht alles schneller. Hier irgendwas? Ich glaube, ich habe was gefunden. Tada! Was haben wir denn da jetzt? Gut. Nehmen wir mal eins. Sicher ist sicher. Und... Da... Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Aha. Doppelter Wandlauf. Ah! Mein Todfeind. Hm. Schön Stopp, Lara. Du gehst erst mal... Schwung holen. Ja, genau. Ach, besser wäre es nicht, wer krepiert, ey. Scheiße. Mann. Total fies gesetzter Speicherpunkt. Ich sowas hasse. Ich will diesen Dreckswandlauf nicht beherrschen. Ah, ja genau. Das ist noch falsch. Ah, hier, hier. Während der Pause habe ich schon die ersten Parts gerendert vom ersten Teil und auch schon geabt teilweise. Die kommen heute Abend. Heute ist Samstag. Ja, ich stürze mich schwer in die Arbeit rein. Aber das ist ja keine Arbeit. Das ist ja Spaß. Ist es auch. Also, ist schon Spaß. Also, definitiv. Ist jetzt keine Arbeit. Wackeln mit dem Arsch. So, einmal Schwung holen wieder. Hopp. So, da. Voila. Gut, diesmal versuche ich es gleich einmal. Nimm doch! Oh, Mann! Wo war denn eigentlich der Speicherpunkt hier? Oh, wie ich sowas hasse. Sowas möchte ich hier am liebsten jedes Mal rausschneiden, weil langsam geht es mir nicht auf die Nerven, wie ich hier in dem Spiel versage. Ach, leck mich doch! Ja, eigener Herzschlag ist mir scheißegal. Krepier. Ist mir doch wurscht. Wenn der jetzt drauf geht, dann geht es ja drauf. Vielleicht werde ich dann oben hingesetzt oder so. Keine Ahnung. Nicht aufgepasst. Wo der lebt...